Jetzt als Beispiel England. Was ist der Unterschied zwischen den Muslimen dort und uns hier? Kein Unterschied. Absolut kein Unterschied. Weil dort, also ich habe den Eindruck... Muslime auf der Welt sind alle gleich. Abhängig von, was wir herkommen. Es sind nicht die Muslime, das sage ich meiner Frau immer wieder, wenn wir dieses Gespräch haben. Es ist nicht, ach, die Muslime wieder. Nein, 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 nein. Es sind spezielle Personen, die ein Problem mit einem speziellen Etwas haben. Bestimmte Muslime aus bestimmten Ländern haben eine bestimmte Tradition, einen bestimmten Hintergrund. Das machen sie halt. Das ist halt, wo sie herkommen. Das kennen sie halt. Andere von anderen Ländern tun das halt nicht. Das ist also keine muslimische Sache. Das ist keine muslimische Sache. Das ist eine Sache von bestimmten Personen, Menschen auf der Welt. Okay? Und sehr viele Sachen, die Muslime machen, sind eigentlich nur menschlich. Das heißt, dass es gut ist. Und wir als Muslime gucken das immer von, ach, die Muslime von der Seite der... Ach, guck mal, was die Muslime machen. Hör mal, wenn jemand stiehlt, Muslim, Hindu, Buddhist, jeder von denen weiß, dass es falsch ist, nicht wahr? Das ist also keine muslimische Sache, wenn jemand jetzt aus Afghanistan hier ist und plötzlich erstiehlt was von dir. Oh, die Muslime. Verstehst du euch mal? Dasselbe, mach dann Hindu und dann Buddhismus und so weiter und so fort. Also es ist keine muslimische Sache. Dann müssen wir uns wirklich erstmal, wir müssen das Werk abkapseln von der Sache. Wir denken wirklich auf die Muslime. Genauso wie das Problem in England ist, in muslimischen Gegenden, was auch immer das sein mag, okay, gibt's nicht, aber was auch immer das sein mag, es wird, man geht davon aus, dass es muslimische Gegenden sein sollen. Es sind keine muslimischen Gegenden, es sind Gegenden von bestimmten Leuten aus bestimmten Ethnien, aus einem bestimmten Hintergrund. Und die sind unglaublich dreckig. Okay, diese Gegenden sind dreckig. Das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache. Wieso? Auch dort geht die Müllabfuhr einmal in der Woche und nimmt die Sachen, sei es am Dienstag, sei es am Mittwoch, am Donnerstag, genauso wie in anderen Gegenden, wo nicht Muslime leben, wo es sauberer ist, genau das sind wir einmal die Woche. Wieso ist es bei Muslimen in den muslimischen Gegenden, wieso ist es dort nicht sauberer, dreckiger eher, als überhaupt? Wieso? Das ist die Frage. Sind das die Muslime, die das machen, oder sind das bestimmte Muslime, die das machen? Bestimmte Personen, die halt nicht darauf achten, weil das deren Hintergrund ist, wo sie herkommen. Denen wurde ich beigebracht, halt nicht die Zigarette aus dem Auto rauszuschmeißen, oder halt nicht, wenn man Fritten gegessen hat, alles auf den Boden zu schmeißen. Das habe ich gesehen in meinen eigenen Augen, vor mir, einfach am Boden. Okay? Also, das ist keine muslimische Sache. Es ist halt eine Sache von bestimmten Nationalitäten sogar, von bestimmten Ethnien, von bestimmten Menschen, von bestimmten Einstellungen. Und daran müssen wir arbeiten, das ist keine muslimische Sache. Okay? Also, besser dort als hier, ist eine Frage. Nach 20 Jahren frage ich mich immer noch, was besser ist dort als hier. Nicht die Muslime. Die Gesetzeslage des Landes ist besser. Ja, ich glaube. Okay? Ich glaube, das ist der Punkt. Die Gesetzeslage. Das sind wirklich nicht die zehn Indo-Pakistaner, die Welt, das sind von uns dort als hier. Hier sind es viel, viel mehr. Okay, es sind viel, viel mehr Muslime im Land, wenn dort. Prozeduell gesehen sind es viel mehr hier als dort. Okay? Es sind nur vier bis fünf Prozent Muslime in England, während es hier sieben bis acht sind. Prozent. Okay? Also müsste hier die Dauer viel stärker sein, müsste hier die Muslime viel stärker sein, sind sie aber nicht. Wieso? Die Gesetzeslage ist unterschiedlich. Und verschiedene Muslime hier in diesem Land kommen aus einem bestimmten Land, in dem Säkularität großgeschrieben wurde. Und Muslime aus den Ländern dort, die hauptsächlich nach England ausgewandert sind, kommen aus einem islamischen Land, das aufgebaut wurde unter der islamischen Flagge. Auch, ob es jetzt richtig oder irgendwie auch immer, was auch immer passiert ist, ist eine andere Sache. Aber sie sind mit dem islamischen Gedankengut schon angekommen, während die meisten hier nicht, damals in den Säkular Jahren. Stimmt. Okay? Also es gibt viele, viele Sachen. Und du hast recht, man muss sich die Geschichte zurückschauen. Geschichte. Das erzählt ja viele solche Völkern. Aber man geht davon aus, wirklich, wo ich nach England gezogen bin, dachte ich, mashallah, alles ist da. In England besser als das. Ja, denken viele. Ist die Frage, erst einmal Deutschland ist viel größer. Das heißt, guck mal, wenn du nach Hamburg gehst, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Hamburg, ich liebe Berlin. Also ich sehe keinen Unterschied zwischen Berlin und London. Nein, ich liebe Berlin. Nein. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Berlin und London. Ich sehe Hallal-Restaus, ich sehe Muslime, ich sehe Moscheen, alles genauso wie in London. Und dabei ist Berlin schöner als London, ganz ehrlich gesagt. Finde ich. Ja, das nennt es ja an sich hässlich, ne? Das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Was für England? Es gibt schöne Flecke. England ist hässlich. Du bist in Bögenweide, du hast nichts anderes mit uns. Und, und, und eine wichtige Sache wahrscheinlich auch, der indische Subkontinent. Indien, Bangladesch, Pakistan. Das macht auch viel aus. Die Muslime dort, das sind keine 0815-Muslime, okay? Also was auch immer daran praktizieren. Das sind Leute, die sind wirklich, also wenn die ankommen, die kamen in den 50er, 60er Jahren in England an, die kamen im 19. Jahrhundert kamen sie in England an und haben ihre Sachen getragen. War denen egal, dass sie jeder angeholt hat. War denen egal. Weißt du? Während hier, wo die Türken ankamen, ach hier, die kamen an mit, äh, haben versucht, Krawatte und andere, weißt du, um an sich anzupassen, außerdem kamen sie von einem säkulären Staat, in dem alles auf Türkisch war. Oder Saddam war auf Türkisch, zu der Zeit. Kamen hier an, und wieso sollten sie einem nicht-muslimischen Land, also ich hatte ein Minderwertigkeitsgefühl, ne? Und kamen hier an, wirklich mit einem Minderwertigkeitsgefühl, während Indobachis nicht. Viele von denen kannten und kannten immer noch Englisch, während der, wegen der Kolonialzeit. Sie kennen die Leute, sie kennen John und Jim. Und John und Jim übrigens, hatte nicht so ein Problem mit Ahmed und Gilal. Im Gegenteil, viele von den John und Jims haben sogar Urdu gelernt, viele von denen sogar zum Islam konvertiert. Im 15, 16 Jahrhundert gab es englische Muslime. Es gab mehr englische Muslime in Nordafrika, als es Engländer in den USA gab. Also, das sind so Sachen, die spielen eine Rolle. Das ist ein geschäftsischer Unterschied. Ja, ja, da ist ein Unterschied. Die erste Moschee in England wurde nicht von einem Pakistani gebaut. Das war im 19. Jahrhundert. Abdullah Quillium William war ein Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft. Okay. Und der Mann war weißer Engländer und hat sich halt in Nordafrika, das war damals, muss man sich vorstellen, das war jemand, der so viel verdient hat, also im 19. Jahrhundert, Viktoriales in England, wo Kinderarbeit normal war, der dann sich Urlaub, also der hat ein Urlaubshaus auf der Isle of Man, das ist dann eine Insel, hat dann, ist dann in Urlaub gegangen, wie man sich das jetzt hier so vorstellt, so, ne, um 20, 21. Jahrhundert in Urlaub gehen. Er war in Marokko, war in Algerien, hat sich dann plötzlich auch Muslime, Engländer gewesen, der im 19. Jahrhundert schon so reich war, er war so Staatsanwalt, okay, und er ist dann sehr oft, hat er sich halt Urlaub gönnen können, damals im 19. Jahrhundert, viktorianisches England, und ist in Marokko, nach Algerien, nach Tunesien gegangen mit seiner Familie und hat Adhan gehört, hat den Islam kennengelernt und ist fasziniert wieder zurückgekommen, nach England und ist dann zwei, drei Jahre dort geblieben, hat den Islam gelernt, hat Arabisch gelernt und ist dann vom osmanischen Sultan damals zum Sheikh al-Islam der britischen Inseln ausgerufen worden. Und das war ein weißer Engländer, kein Brikistani, kein Inder, kein Araber, ein weißer Engländer. Und zu jener Zeit, zu seiner Zeit, mehr als 600 Engländer sind durch seine Hand zum Islam konvertiert, Maschallah. Und das war in Liverpool, die allererste englische Moschee war in Liverpool. Das war sein Haus. Er hat sein Haus, was es heute immer noch gibt und existiert, hat er zu einer Moschee umfunktionieren lassen. Er hat dort ein Haus gehabt, wo er Waisenkinder, ein Waisenhaus hat er gehabt, Waisenkinder aufgenommen hat. Das waren alles Sachen, die er als Muslim damals gemacht hat, wo er sich umgestellt hat. Ja. So, ja. Und zu der Zeit gab es kein Deutschland, das war vor 1871. Nicht wahr? 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 Nicht wahr?